und hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video und ja ich habe euch versprochen ein bisschen gameplay mal hochzuladen anstatt jetzt livestreams weil mein internet crasht ist und sony server irgendwie crasht sind momentan playstation network deswegen habe ich mir gedacht lade ich mal ein paar game videos hoch ne statt livestreams halt jetzt und wir spielen halt heute mal apex leute zum ersten mal im live also quasi ja nicht im live stream jetzt weil auch im live stream wäre es ein bisschen laggy mit dem game und beim internet nutz info für die leute die es nicht wissen ich habe nämlich richtig schlechtes internet das heißt egal welches game ich spiele oder so im live stream alles ist kacke alles ist schlecht digger ich kann leider nicht richtig zocken und das tut mir leid für euch weil dann habt ihr nämlich keine guten stream qualitäten aber trotzdem kann ich ja gutes live stream und ja wir spielen jetzt auf jeden fall den neuen modus apex gold also goldgeil oder so hieß der goldgeil ja auf jeden fall wir spielen jetzt den neuen modus ich bin hier mit einem bro und ja also wir sind nicht in der party das heißt random also mal gucken wie er ist ja kommt darauf an wie lange das gameplay ist ich versuche möglichst kurz wie also möglichst kurz zu halten ist das ein paar katz reinzusetzen deswegen nicht wundern warum das so lege ist und ist ja ist wohlgemerkt halt gameplay das heißt so wie wenn ich jetzt live stream würde nur mal so als anmerkung so jetzt fehlt uns ja aber noch eine geile waffe hoffentlich haben sie hier noch ein paar pams drin das wäre recht nice und bei mir ist selber legt auch noch gerade im spiel digger ist auch irgendwie ein bisschen ja mir fällt auf darum steht der goldrausch man kennt ihn der der dowie auf jeden fall ja gerade ein bisschen dumm mitnehmen gehen wir mal hier unten beiden kisten also kann jetzt auch sein dass nur eine runde sein wird weil ja der upload ist natürlich dann auch nicht so krass gut ne wenn wir hier schlechtes internet haben deswegen der gemeldet gerade zonen okay ja wir haben halt ja auch keinen guten uploader durch für die videos deswegen ist schon alles ein bisschen problematisch ne der moment der gerader hat manchmal also ich kann einfach gar nicht mehr laufen ist doch einfach so hart manchmal also ich werde auch versuchen ein bisschen zu beschleunigen das heißt wenn er mich da ein bisschen schneller reden hört dann oder ein bisschen quietschig reden hört er ja da bist du ja er hat eine waffe die wir jetzt eigentlich dafür ist money haben oder was ist das für eine waffe oh geil pump kann digger nehmen wir mit ich weiß nicht warte mal sind die für stats kann man die stats hier nicht sehen ich glaube die hier war besser ich weiß nicht mehr ganz genau leute ich habe das ich habe die hier noch nie zuvor gespielt ich weiß also ich habe schon mal gesehen und so ein gameplay und auch ein bisschen ich hatte wirklich einmal kurz und einmal kurz gespielt so aber ich weiß jetzt nicht ob die wirklich so gut ist mit dem garten kann ich ja wirklich umgehen das ist halt ja da kann man ja da ist einer er hat nur blaue rüstung nice den können wir holen weil wir haben mehr gold nur unsere mädlinger wenn ich die rüstung sind ja der ist problematisch bei denen problematischer wir müssen auch wir müssen jetzt sofort hier die seile sie bleiben gehen wir müssen direkt hier in das haus rein region digger ist erstmal zum region bringen gegner so kennt man ihn so liebt man ihn auch mann alter ist die op ne ja moin digger ich habe nur ein weißen schild gehabt alter haha ich habe nur weißen schild gehabt digger was geht ab man und das erfähre ich mich zu holen das erfähre ich leute was meint ihr sorry ich habe heute keine richtige stimme mehr seit ich heute durchgespringt bin ein bisschen ja ich bin heute ein bisschen gespringt deswegen ach deswegen hat auf die gegner gezielt kann er sehen digger ist er ein vollnoob alter mein gott alter der ist ja voll nebenbei gewesen da merkt man halt wer hier tight fall pro gamer ist ne und wer hier so ein so ein apex online noob ist ne so ja das ist schon digger hol mein abzeichen digger hol mein abzeichen junge hol mein abzeichen junge ich bin gleich tot digger wenn ich weg bin dann bin ich weg außerdem sind gerade neben die gegnerkloppen gewesen komm gönn dir digger hol mich zurück junge da oben ist auch gleich ein turm man ja hol ihn dir gönn digger digger was das für ein vollnoob na ach komm wollen wir verlassen leute ich weiß nicht digger er ist so ein vollnoob ach komm wir verlassen der ist so ein vollnoob leute der der verkackt das ne ich weiß auch nicht digger ich werde nicht mit vollnoob zusammengetan ne ja ich habe auch zwar kein gutes level jetzt wenn man wenn ihr mein level jetzt nochmal seht digger dann wisst ihr warum also ähm ja level 36 ich dachte ich wäre so irgendwie um die 20 aber ich bin halt nicht high level trotzdem bin ich tight fall 2 game pro gamer ich glaube ich habe jetzt schon über level 100 oder so in titanfall 2 ja also ähm wer tight fall 2 kennt leute das könntet ihr euch außerdem letzten monat gratis gönnen äh ja ich habe es ein bisschen versäumt habe irgendwas zu machen äh an videos nochmal aber ich habe ein video hochgeladen immerhin wo ich drin erwähnt habe jo ihr könnt euch jetzt tight fall 2 gratis gönnen digger und ähm ja das ging um ein letztes jahr lang finde ich nice auf jeden fall dass ihr hier nochmal ein gratis game rausgehauen habt denn sie haben ja gesagt sie wollen nie wieder gratis games raushauen die wollen nur noch kohle dafür verlangen und das werden sie wahrscheinlich auch noch jetzt bei den nächsten durchziehen also bei den neueren glaube haben sie gesagt sie wollen jetzt definitiv nicht mehr ähm das kostenlos machen für playstation und so aber ja bei tight fall haben sie sich jetzt nicht dran gehalten und das ist auch ein neueres das ist vor zwei jahren immerhin rausgekommen äh ja vor zwei jahren immerhin rausgekommen das game deswegen jo wir sind dein squad äh ein gutes squad eigentlich ne ich wollte schon sagen wir sind champions digger ne moment digger er ist level 29 hat 59 kills mit ihm alter das kill das passt auch nicht hier ne das passt irgendwie nicht digger ich selbst ich alter ohne boost bin level 36 ne und hab weniger kills ne muss man sich mal können digger ja nicht geht in die city ja geht in die city ich hab wirklich keine stimme mehr ne man merkt vielleicht ich hab echt keine stimme das tut mir leid ey aber ich hab heute wirklich alter ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen weil wir heute nur so mal nebenbei äh real story ich hab halt heute wir hatten halt schon später schluss gehabt in der berufsschule also ziemlich knapp schluss gehabt deswegen musste durch sprint zur straßenbahn damit wir die bekommen weil ja wir brauchen ungefähr so eine viertelstunde bis nach hause mit dem zug ne und da kann man natürlich mal verstehen digger da 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 ist schon alter hart am limit ne was ist das ok er nimmt sich er nimmt sich einfach digger er nimmt sich einfach mal ne moin ok die ne den mate oh digger die ist eigentlich geiler ne ich mag die hier mehr ich mag die einfach viel mehr hier die ne das ist meine gun das ist nicht meine gun aber ich mag die schon mehr die hier ist einfach schlecht gewesen für den nahkampf und so ich mag nein meine boten weg ja von hier ist lag übel hart ne ich hab nur einen download grad am laufen nur so ein impf nur aber der ist jetzt auch nicht so groß ey das ist grad am pc oder so ja digger so macht man das junge und ich anders alter merkt ihr die türe auseinandertreten alter wenn es nicht mehr geht ne so jetzt haben wir einen weißen digger ich hab doch ein bodyschild gehabt ne alter ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht so das können wir eigentlich im prinzip ablegen digger das ist nur unnötiger ballast man kennt ihn so gut jetzt haben wir schon mal ne weiße rüstung digger aber ich würde gerne goldene haben das wäre mir sehr sehr lieb sehr sehr viel lieber ja moin digger man kennt ihn so lass jetzt mal hier hingehen es kam ja auch noch gar keine schüsse aus der region das finde ich auch ein bisschen komisch weil city sind ja immer welche digger das ding ist nur wenn die jetzt mit der anderen war wieder spielen die ich gerade eben hatte mit dem infrarot digger das ist dann natürlich hart aber hier waren schon gegner hier waren schon gegner hier waren schon gegner hier waren schon welche weil sonst liegt da immer muni digger und da war gerade keine muni deswegen und die liegen auch so in der anderen beieinander digger die spawnen hier nicht so das ist ja 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 wir waren schon leute hier waren schon leute das gefällt mir gar nicht nämlich weiß jetzt nie wo ob die hier noch sind die haben nicht durchgeloopt auf jeden fall die sind nur durchgelaufen kurz das ist auf jeden fall schon mal gut für uns dennoch aber ein bisschen riscanto wenn hier welche waren ja ich brauche bessere rüstung digger was meinst du ach digger ich versauere natürlich alles nur weil ich gucken ne muss hier an der gegner hier waren schon welche ich sehe nur wo es warnt der ja aber ich sehe keine mehr zumindest keine aktive also auf jeden fall da drüben waren welche ne auf jeden fall wir haben gesehen da drüben sind welche rüberkopf gerade eben hier rüber waren auf jeden fall welche er hat gemeint hier drüben sind welche ja hier waren gerade vor kurzem welche das ist noch sehr aktiv 91 sekunden hat ja definitiv 91 habe ich gesagt 61 ne ja 69 so das ist definitiv nicht alt dass die hier vorbeigekommen sind und ich bezweifle und ich äh vermute jetzt gerade sehr stark ne falsch anfangen gehabt erstmal äh ich vermute sehr stark dass die goldene rüstung haben wir die jetzt schon hier durchgeloopt haben ne ey wenn die weiße rüstung schon zurücklassen dann haben die definitiv schon hier durchgeloopt 81 sekunden das heißt die sind die richtung latsch hier ist eine geschlossene tür hier ist eine geschlossene tür erkunden wir diesen weg ja und noch keiner läuft läuft digger ja jetzt ballern sie hier ist ein rucksack stupe 1 körper geht von oben da ist aber schon mal ein bisschen siegeschancen so so ein bisschen money money man money man man kenne ihn so können wir das hier noch entfetzen irgendwas muss hier weg digger ist viel schild drin muss man den wegschmeißen gucken jemand hier ne gut ja digger wir haben so schlechte rüstung ne ey das ist nicht normal alter gerade eben hat doch noch goldene body shield ich scanne hier waren keine digger hier ist keiner ich höre sie auch digger wie sie lang klatschen ich sehe sie nicht was wenn ich die jetzt weg fangen will geht wer was digger wie ist er down gegangen wo denn halt da sieht lecky internet aus ne körperschild direkt gönn rucksack helm spritzer mail digger was du noch dabei nicht so was ich gebrauchen kann ist er gelieft ist er gelieft jetzt digger wer hat gelieft der junge alter das ist ein man alter so wie assis hasse ich echt digger du kannst doch nicht solo gewinnen man er war noch solo alter das ist doch das geile hier oder der pulz von 8.000 pulz von 200 da ist er digger ja digger ich kann nichts machen alter lecky internet und so ne man kennt's alter mich man kennt es auch leute ja auf jeden fall das war das video ne ihr habt gesehen selbst mein internet verscheißt das gameplay ja also ich weiß nicht was ich machen soll ich habe jetzt auch gerade mit game capture aufgenommen vielleicht liegt es auch an der game capture das gerade ein bisschen laggy war bei mir im bildschirm jetzt von der ps4 das bild aber ja das kann nicht daran liegen und ich würde sagen haut rein habt noch einen schönen abend schönen tag jetzt ihr werdet das video wahrscheinlich ein bisschen später sehen als ich jetzt aufgenommen habe ich habe jetzt am mittwochabend aufgenommen ihr wird es wahrscheinlich so am donnerstag oder so sehen irgendwann auf jeden fall Leute haut rein habt noch einen schönen Abend jetzt gönnt euch Apex ist kostenlos immer noch und ja dann sehen wir uns im nächsten Video und im nächsten Livestream bis dahin haut rein habt noch einen schönen Abend schönen Tag wie gesagt schon und ich wünsche euch schöne Apex Runden hoffentlich nicht so ehrenlose Teamkameraden wie ich hier war gerade und ja dann haut rein Leute bis dahin ciao